Hallo meine Freunde und herzlich willkommen! Es ist schon einmal übersteuert, ok. Ähm, wir zocken heute Worms Armageddon! Ja, die Demo. Und ich sitz hier mit dem winzligen Willi. Halt die Fresse, hier kann man eh nichts rausschneiden. Und, äh, ja, Einzelspieler, weil wir ja zu blöd sind, geteilt in Willi. Mit zwei Kontrollern zu spielen. Also, schon geht's los. Äh, ja. Schnellspiel. Worms Fire Mageddon, mein ich. So, willst du was wir als erstes machen müssen? Naja, das war's auch so. Rausfinden, wie die Steuerung geht. Achso, ja, gut. Warte? Huch! Nee, falsch. New Yorker und LKW-Fahrer, ey, wir sind gut. Machen wir... Wo hab ich jetzt eigentlich draufgedrückt? Na, egal. Nehmen wir einmal ne Pumpe. Alter! Ja, jetzt musst du wissen, wie du schießt, oder? Bumm! Fick dich! Ist du dran? Oder nee, ich bin nochmal dran. Biss du nochmal? Bumm! Bumm, Bumm, Bumm! Jetzt zu Ende, oder? Scheißspiel. Moralow war jetzt in den Niederlande dran nun überhaupt nicht zu wollen ein bisschen schlauer ist ein Rischer das ist ein Rischer Intelligenz bisschen warum warum mit dem und auswählen kann sie johol und auf Moritz dem Alltag zu schließen und hier kannst du zielbrennen nicht irgendein Basu Kaube so meine Armin wenn der Basu Kuh mit Bumbo Bombe für mich mit Bumbo Bombe die Klasse auch die Fahre weg Bordewinger Max Barber war ich noch mal ja das heißt der Ballot und müssen wir in die Ehe eigentlich ein Grund und das wird schon bei sich und dann auf die Schausse zu holen ich komme mit dem Verwesen zu ziehen das wird ein Wort betrifft das treten wollen einen Ort die Blutlösung schuldig heißen das muss die noch abformen er hat er solltet er ist er was ist das für ein bisschen das spiel habe ich wohl so gesuchtet wenn wir alle beim rennen auf dem handy sein nach der Nürnberg die Stimme der Treckscheibe der Arzt wird er hat und er ist auch wichtig er hat genauer damit noch in der Sturz auch dort ein ein wir haben sich noch selber und das sind auch so geil und dann von einer ich kann noch mal die geile Granate um ich kann man die Wahl sein und das sind ja diese aber das ist auch so in der Unten ich will doch mal so eine Kanade werfen da unten wachkanonen und der Grunde noch ich finde immer wieder Bruder genau die kann auch die so geil aber immer im Rennie haben wir das immer gesuchtet wie die wirklich wie die gelähmten zu diesem Krebskrank wir sind auch am besten die Effekte im Hintergrund mann diese bewegenden Häuser das ist wir haben nicht mehr scheiße jetzt schäb ich mich ich eine Warnung Wormung wo ich dort die Kanaden Fick dich ein bisschen noch geholfen Prozent und er hat und oder so weg müssen wir versuchen dann überhaupt den Weg wie in der sie im Jahrhundert war gedrückt worden Schleuchte für die Wünsche Scheiße du musst in der unten entweder der Schrode und jetzt weg nach und also morgens ein glück die Wienbauer der Auskommenspringen das gibt es einfach man muss alle Ereignisse haben wir verzeichnen die Zeit der Trauer Witzel das machen kann man man und nachdem umkommen Kuschel und mit dem Bananen das Luft Borg-Bomber Mombor und Abbauch erhält man auch mit Hitler Hälften für auch weg ja hinten Stürbungen des Dreckschweins das ist ja das ist ja das ist ja das ist ja die Bunkerbombe das ist ja das ist doch scheiße das ist doch scheiße doch da hat er hat es ja wenn sie mir dort ich bin noch nicht und von dieser Scheibe verliert gegen drei Minuten die das schneiden wir uns in der Hand 3 ein die vollständige Spieler werden ein Spiel ich bin noch mal Worms to drama again und jetzt mal gleich viel Maumann jetzt bleiben wir mal nah dran du kannst jetzt direkt verabschieden weil ich bin jetzt nämlich broken worden ich will wie es ziehen gehen okay Sommelschleif zum Rentschießen ja ja noch nicht der Hamburger ich glaube es ist vor allem nicht mehr nicht so gut ja bei die Hälfte der bisher ist es auch schützen Prozent schießen ins Maul Wohlergabe das Amorstel die nicht einfach sein also auch nur noch mit weg richtig schön behinderte Wurmer er hat sich in der heiligen Kanada die Jets dr los geht es nicht mehr in Rekord Rekord was nicht mehr nach mit der Heiligkanade Arben Tarker und Haken das ist für mich in die miene reintelpedieren warum das so ein netz und vorhin kann sein bevor er auf ganz normalen das sind behindert noch immer scharfschütze er kann ja auch brennen er hat er hat nein doch er hat er hat man wirklich vor den Kassel der erholen um die schießt jetzt mit der Minigang in die Schnauze am LKW-Fahrer sind viel geiler man die Schießt jetzt noch schon den Marsch weg Prozent da macht das Volkmann der Unterwurzungen der Welt er ist ab er kommt ich will ich bin ich auch mal bitte 2 zu fallen bei den Bananen ich war so auf Partei ich kann das schon aber jetzt da und so haben so mitgenommen die wirksorten ein Jahrhundert aber wenn er hat ich werde gar nicht stehen weil wir mann doch nicht Nein! Graben! Plopp! Der New Yorker gegen der LKW-Fahrer! Naja, will ich ja! Okay, das wird's interessant. Wir haben den heiligen Granaten mehr, du Bixer. Hey, das war einfach so. Ne, 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 Luftangriff. Der Boot schon nie durchführt. Der Schnee macht geileres. Ist das? Das ist ein Geschütz-Tubob! Ja, da fliegt jetzt rein. Hahaha! Geil! Das war gut! Schießen wir ins Maul. Jetzt müssen wir noch hin. Ohhhhh! Der LKW-Fahrer hat gewonnen! Wir haben den LKW-Fahrer! Wir haben den LKW-Fahrer! Jason war der Wurm, der Würmer! Hahaha! Hat uns gut unterhalten. Ja, hätte es gleich bleiben lassen können. Der LKW-Fahrer war am genauesten. Danke Leute für das Feedback! Wir lieben euch auch! Das vollständige Gehspiel! Schalten wir nicht frei, weil wir zu arm sind! Und jetzt haut rein meine lieben Freunde! sagen Tschüss! 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 Vielen Dank.